2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bringe hier jeden Tag um 17 Uhr ein neues Video zum Thema Führerschein und zwar mit allen amtlichen Prüfungsfragen und Antworten. Es lohnt sich also, den Kanal kostenlos zu abonnieren und wenn dir das Video geholfen hat, einen Daumen da zu lassen. Womit müssen Sie in dieser Situation rechnen? Okay, der Radfahrer wird natürlich nicht ins Auto da vorne reinfahren, sondern an dem Auto vorbei. Dementsprechend werden wir hinter dem Radfahrer bleiben. Mit Gegenverkehr? Ja gut, von der Seitenstraße könnte natürlich einer rauskommen und beziehungsweise der Rote da vorne, der könnte auch unterwegs sein und dementsprechend ja mit Gegenverkehr. Der Radfahrer wird absteigen, um mich vorbeizulassen. Wir klicken immer das Schlimmstmögliche an und das wäre ja praktisch super, also das lassen wir dann aus. Der Radfahrer wird links an dem parkenden Pkw vorbeifahren. Genau, Nummer 1 und 3. Womit müssen Sie rechnen, wenn Sie überholen wollen? Also die schneeverschneite Straße macht uns natürlich zu schaffen, den Radfahrer auch. Der Radfahrer könnte zum Beispiel auch ausrutschen. Da vorne ist der Fahrbahnverlauf nicht ganz erkennbar, das heißt es könnte auch in der Kurve gleich Gegenverkehr kommen. Mit unsicherer Fahrweise des Radfahrers. Mit verlängertem Anhalteweg. Mit Rutschgefahr. Sie möchten überholen. Worauf stellen Sie sich ein? Auf links Ausscheren des entfernteren Radfahrers. Ja, das ist richtig. Der Radfahrer, der fährt schon so einen Ticken nach links und damit ist zu rechnen. Auf plötzliches Anhalten des Radfahrers direkt vor mir. Genau, der grüßt eventuell seine Freunde und bleibt dann stehen, um mit denen zu ratschen. Auf plötzlich auftauchenden Gegenverkehr. Achtung, Gegenverkehr hier eher weniger, da der Gegenverkehr auf der anderen Seite hier drüben fährt. Also das kreuzen wir nicht an. Sie möchten in einer schmalen Straße Radfahrer überholen. Wegen der Straßenbreite ist ein Seitenabstand zu Ihnen von höchstens 50 Zentimetern möglich. Wie verhalten Sie sich? Ich bin sicher, die Frage wird später nochmal kommen, aber wir dürfen keine Radfahrer überholen, wenn wir nicht einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten können. Ich überhole mit mäßiger Geschwindigkeit. Ich gebe vor dem Überholen ein kurzes Warnzeichen. Ich überhole nicht. Wenn wir hier 50 Zentimeter nur haben, dann überholen wir natürlich nicht. Sie möchten Radfahrer überholen. Was ist bei der Wahl des Seitenabstandes zu berücksichtigen? Ein Seitenabstand von einem Meter ist immer ausreichend. Das Verhalten der Radfahrer. Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges. Also wie gesagt, ein Meter reicht nicht aus. Verhalten des Radfahrers natürlich. Kommt drauf an, wenn er jetzt Schlangenlinien fährt oder so. Die Geschwindigkeit meines Fahrzeugs. Ja klar, wenn der Radfahrer jetzt schneller fährt als ich. Oder nicht wesentlich langsamer. Dann dauert dieser Überholvorgang ja ewig. Okay, es geht wieder um den Radfahrer anscheinend. Ja gut, das ist natürlich arg dämlich. Also erst überholen wir den Radfahrer, um dann vor ihm rechts abzubiegen. Aber gut, schauen wir mal, wie die Aufgabenstellung lautet. Warum müssen Sie vor dem Rechtsabbiegen warten? Wegen des Transporters? Wegen des Radfahrers? Wegen des Fußgängers? Also natürlich wegen dem Fußgänger. Der möchte hier über die Straße gehen. Und wir sind Abbieger, deswegen müssen wir den Fußgänger über die Straße gehen lassen. Aber wir wissen ja auch, dass wir einen Radfahrer neben uns haben. Also zwei und drei. Der Bahnübergang kommt in 160 Metern. Zu erkennen an der zweistreifigen Barke. Jetzt in 80 Metern. Okay. Der entgegenkommende Pkw wird jetzt ausscheren und die Straßenmitte überfahren. Ja, das wäre schlimm für uns und das klicken wir an. Der entgegenkommende Pkw wird jetzt abbremsen und die Straßenmitte nicht überfahren. Schön wäre es. Das lassen wir frei. Der entgegenkommende Pkw wird jetzt überholen, ohne die Straßenmitte zu überfahren. Nee, das wäre auch noch einigermaßen gut für uns. Also in dem Fall ist nur Antwort 1 richtig. Wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen? Hier musst du aufpassen. Der Radweg endet hier anscheinend. Ja, und der Radfahrer wird höchstwahrscheinlich auf die Straße fahren. Und dementsprechend müssen wir natürlich Platz für den Radfahrer mit einplanen. Und da vorne kommt der Lkw. Also dementsprechend bleiben wir natürlich hinter dem Radfahrer. Da wir 30 kmh fahren und der Radfahrer vor uns fährt, wahrscheinlich mit der ähnlichen Geschwindigkeit, bleiben wir hinter dem Radfahrer. Wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen? Wenn ich unvermindert weiterfahre. Genau. Wenn der Radfahrer auf meine Fahrbahn wechselt. Ja. Wenn der Radfahrer am Ende des Radweges anhält. Nee, das wäre ja kein Problem für uns. Das kreuzen wir nicht an. Okay, der Vordermann möchte links abbiegen. Wir auch. Und da wäre die Prüfung hier schon vorbei, da man ja voreinander abbiegt und nicht hintereinander. Aber gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wir müssen warten wegen dem Fußgänger. Wir wollen ja hier in diese Straße anscheinend reinfahren. Dementsprechend darf der Fußgänger zuerst. Ja. Und das mit dem Transporter. Also die ganze Situation war einfach nicht in Ordnung. Aber wenn du aus irgendeinem Grund so dastehst, dann natürlich auch wegen dem Transporter. Es wird ja immer tangenziell, also voreinander abgebogen, nicht hintereinander. Der fährt gleich rückwärts zum Wenden. Wie verhalten Sie sich jetzt? Verzögern und bremsbereit sein. Ja. Gleichmäßig weiterfahren. Nein. Nach links ausweichen. Ja, auf gar keinen Fall. Links ist ja der Motorradfahrer. Sie wollen nach rechts abbiegen. Wie sollten Sie sich verhalten? Du passt die Geschwindigkeit so an, dass du weiter hinter dem Radfahrer fährst. Denn wenn du jetzt über die Ampel fährst, möglichst schnell, und der Radfahrer das sieht, also sprich, dass du schneller bist als der Radfahrer, dann bekommt der Radfahrer nämlich Angst, weil er denkt, du hast ihn nicht gesehen. Und da kann eine blöde Situation entstehen. Schulterblick durchführen. Ja, natürlich. Zum Abbiegen musst du den Schulterblick machen, klar. Den Radfahrer durchfahren lassen. Ja. Vor dem Radfahrer abbiegen. Auf gar keinen Fall. Womit müssen Sie rechnen? Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten. Ja. Das Motorrad könnte nach links ausscheren. Kann alles passieren. Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren. Ja. Das wäre alles schlecht. Deswegen kreuzen wir alles an. Vor dem Motorrad möchte ein PKW auf die Fahrbahn zurücksetzen. Womit müssen Sie rechnen? Dass der Motorradfahrer stehen bleibt, denn mit dem Motorrad auf Schnee zu fahren ist immer blöd. Und wenn der jetzt hier ein Ausweichmanöver hinlegt, dann kann es sein, dass es auch ihn hinlegt. Dass der PKW weiter zurücksetzt. Ja. Dass mein Bremsweg länger als normal wird. Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird. Also hier sind alle Antwortmöglichkeiten richtig. Sie fahren zügig auf einer Landstraße und sehen ein Reh in einiger Entfernung in der Nähe zur Fahrbahn. Wie müssen Sie sich verhalten? Also das Reh ist noch nicht auf der Fahrbahn, sondern nur in der Nähe. Ich muss die Geschwindigkeit vermindern. Um einen möglichst kurzen Anhalteweg zu haben, wenn es darauf ankommt. Ich muss eine Gefahrbremsung durchführen. Okay, das Reh ist noch nicht auf der Fahrbahn, deswegen keine Gefahrenbremsung. Ich muss bremsbereit sein. Das kannst du machen, ja. Also hier nur eins und drei. Warum sind Sie besonders gefährdet, wenn Sie ein Zweirad fahren? Weil ich leicht zu übersehen bin. Genau, wir haben eine kleinere Fläche, dementsprechend sind wir leichter zu übersehen. Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann. Auch wegen der kleinen Fläche, da also so kleine Objekte kann man schlecht einschätzen. Und Motorräder können unglaublich schnell stark beschleunigen. Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe. Ja klar, ich habe ja keine Knautschzone um mich herum, kein Blech. Dementsprechend sind ja alle Antwortmöglichkeiten richtig. Auf einer stark befahrenen Straße mit mehreren Fahrstreifen haben Sie sich zum Linksabbiegen eingeordnet. Sie möchten nun stattdessen nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich? Du biegst links ab, fertig. Ich biege nach links ab. Ja, das ist die einzig richtige Antwort. Anderen brauche ich gar nicht vorlesen. Also Vertrauen ist schon mal ganz schlecht. Du solltest dir merken, wo die Fluchtwege sind. Und wenn es darauf ankommt, also wenn es im Tunnel brennt, dann musst du dein Fahrzeug auch verlassen. Während der Fahrt in einem Tunnel bemerken Sie ein Feuer in Ihrem Fahrzeug. Das Verlassen des Tunnels ist nicht mehr möglich. Wie verhalten Sie sich? Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und stelle den Motor ab. Ja klar, das ist gut. Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und schalte die Warnblinkanlage ein. Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und lasse den Zündschlüssel stecken. Das ist auch richtig. Also hier sind alle Antwortmöglichkeiten richtig. Du musst bedenken, dass du immer jede einzelne Frage einzeln beantwortest. Motor abstellen, klar. Warnblinklicht, ja. Und Zündschlüssel stecken lassen, wenn du dein Auto im Tunnel stehen lässt. Auch ja, damit die Feuerwehr dein Fahrzeug notfalls beiseite fahren kann. Während der Fahrt in einem Tunnel haben Sie Ihr Fahrzeug wegen eines Feuers noch im Tunnel abstellen müssen. Wie verhalten Sie sich jetzt? Ich schließe mein Fahrzeug ab. Also das auf keinen Fall. Ich lösche das Feuer soweit möglich. Soweit möglich. Also du musst jetzt nicht den Feuerwehrmann spielen. Ich löse Feueralarm an der Notrufstation aus. Ja. Gegenüber welchen Verkehrsteilnehmern müssen Sie sich besonders vorsichtig verhalten? Das haben wir im letzten Video gehabt. Da gibt es eine besondere Sorgfaltspflicht. Gegenüber Taxifahrern. Nein, die machen keine Ausnahme. Gegenüber Personen mit erkennbaren Behinderungen. Genau. Das war es. Das war, glaube ich, das Bild mit der Person, die eine gelbe Banderole umhatte mit den drei schwarzen Punkten. Gegenüber Kindern. Und gegenüber Kindern. Und dann noch bei Personen, die sich offensichtlich fehlverhalten. Welche Kraftfahrzeuge müssen auf einer Landstraße möglichst den befestigten Seitenstreifen benutzen? Das sind sehr langsam fahrende Fahrzeuge. Langsam fahrende landwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen. Ja. Mofas. Ja. Kleinkrafträder. Achtung, ein Kleinkraftrad ist ein kleiner Roller. 50 Kubik, 45 kmh. Und der darf darauf nicht fahren. Das wäre, glaube ich, zu schnell. Ja, genau. Da habe ich, glaube ich, mal aus Versehen einen Fehler gemacht. Boah, das ist schon ein bisschen her. Also, man muss bedenken, es gibt Kleinkrafträder. Das sind die kleinen Roller. Und es gibt sogenannte Leichtkrafträder. Und das sind kleine Motorräder. Also noch über dem Roller. Also über dem Kleinkraftrad. Aber kleiner als ein richtiges Motorrad. Und Mofas ist das kleinste, was es gibt. Es fährt nur 25 kmh. Und es hat eventuell so rechts und links zwei Pedale dran. Also, ganz, ganz kleines Ding. Also, unübersichtliche Straße. Klar, an Fußgänger überwegen ist das Überholen auch verboten. Auf Bus-Sonderfahrstreifen. Das hat nichts damit zu tun. Da darf ich überholen. Sie fahren ein langsameres Fahrzeug auf einer Landstraße. Wie können Sie schnelleren Fahrzeugen das Überholen ermöglichen? Durch Ausweichen auf den Parkstreifen. Durch Ausweichen auf den Seitenstreifen. Durch Ausweichen in eine Haltebucht. Ich würde es mal behaupten, durch alles. Durch Ausweichen auf den Parkstreifen. Durch Ausweichen auf den Seitenstreifen. Durch Ausweichen in eine Haltebucht. Ich würde es mal behaupten, alles. Wobei der Seitenstreifen... Ja, alles. Perfekt, wie gesagt. Was müssen Sie beim Überholen hinsichtlich des Abstandes beachten? Einen ausreichenden Seitenabstand vor allem zu Personen einhalten. Klar. Zu mehrspurigen Fahrzeugen größeren Seitenabstand einhalten als zu einspurigen. Nein, du musst sogar zu einspurigen Fahrzeugen mehr Abstand einhalten als zu mehrspurigen. Das ist eine interessante Frage. Könnte man sehr leicht falsch beantworten, wenn man das nicht weiß. Man muss bedenken, ein Auto, das schwankt jetzt nicht so stark wie zum Beispiel ein Fahrradfahrer oder ein Motorradfahrer. Der muss eventuell... Der bewegt sich ja nach links und rechts eventuell etwas stärker. Einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten. Ja, gut, klar. Warum sollten Sie hier besonders langsam sein? Weil der LKW die Fahrspur verengt. Genau, da steht er hier halb auf der Straße. Weil Personen die Fahrbahn betreten. Weil ich mich einer Ampelkreuzung nähere. Nein, das letzte ist falsch. Wenn die Ampel grün ist, dann fahr. Also, wenn die Ampel es umschalten würde, okay, dann bleibst du stehen in dem Fall. Aber solange die Ampel grün ist, da wirst du bitte nicht langsamer davor. Wie verhalten Sie sich richtig? Warten, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst zu gering ist. Genau. Im Zweifelsfall bleibst du immer stehen und wartest. Mit mäßiger Geschwindigkeit weiterfahren, weil der Seitenabstand zum Radfahrer sehr gering ist. Nein. Gleichmäßig weiterfahren, weil der Seitenabstand zum Radfahrer ausreichend ist. Also, wie gesagt, im Zweifelsfall einfach stehen bleiben und warten. Für welche Fälle ist das Reißverschlussverfahren vorgesehen? Wenn Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar sind. Ja, richtig. Also stell dir vor, zwei Fahrstreifen innerorts. Auf dem rechten Fahrstreifen fährst du. Und auf einmal bleibt vor dir das DHL-Fahrzeug stehen, weil es irgendwas ausladen möchte, das wäre ein Hindernis. Und dann müsste dich einer reinlassen auf den linken Fahrstreifen. Wenn Einfädelungsstreifen einmünden. Nein. Einfädelungsstreifen oder sogenannte Beschleunigungsstreifen, da musst du dafür sorgen, dass du da drauf kommst. Das ist ja immer auf der Autobahn der Fall. Manchmal aber auch auf Landstraßen. Wenn Fahrstreifen enden. Genau. Auf einer Fahrbahn mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung endet ein Fahrstreifen. Wie haben Sie sich auf dem durchgehenden Fahrstreifen zu verhalten? Also das Beispiel, jetzt sind wir auf dem durchgängigen Fahrstreifen und auf dem rechten Fahrstreifen fährt ein Fahrzeug und dessen Fahrstreifen endet. Ich muss an den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen vorbeifahren. Nein. Ich muss den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen den Übergang nach dem Reißverschlussverfahren ermöglichen. Genau. Ich muss Blickkontakt aufnehmen und dann je nach Situation entscheiden. Top, gute Antwort. Also die letzten beiden sind richtig. Was? Ich muss Blickkontakt aufnehmen und dann je nach Situation entscheiden. Ja. Auf einer Fahrbahn mit mehreren Fahrstreifen für eine Richtung endet ein Fahrstreifen. Wie haben Sie sich auf dem durchgehenden Fahrstreifen zu verhalten? Ich muss Blickkontakt aufnehmen und dann je nach Situation entscheiden. Ja, solltest du schon tun. Okay, also laut Theorieprüfung ist es anscheinend falsch. Also du musst bedenken, du fährst auf einem Fahrstreifen und rechts neben dir fahren auch Autos und der eine Fahrstreifen endet. Und normalerweise gilt ja dieses Reißverschlussverfahren. Das bedeutet einer links, einer rechts, einer links, einer rechts. Aber es gibt ja Leute, die lassen den einen da nicht rein und fahren halt dann trotzdem. Das heißt, es kommen zwei von links und nur einer von rechts. Und da wäre es natürlich schon gut, mit dem anderen sich dann Blickkontakt aufzunehmen und zu verständigen. Aber gut, das ist falsch. Also in dem Fall ist nur die mittlere Antwort richtig. Ich muss den am Weiterfahren gehinderten Fahrzeugen den Übergang nach dem Reißverschlussverfahren ermöglichen. Genau, nur das. Warum müssen Sie jetzt warten? Wegen des grünen Fahrzeuges. Also klar, wir wollen links abbiegen. Der grüne fährt geradeaus weiter. Dementsprechend müssen wir warten. Wegen des Radfahrers. Der Radfahrer fährt hinter dem grünen Fahrzeug. Deswegen, ja, gleiche Richtung. Im Prinzip ist es genau das Gleiche. Wegen des roten Fahrzeuges. Nö, der rote muss warten. Das stört mich ja nicht. Sie möchten links abbiegen. In welcher Reihenfolge bereiten Sie das Abbiegen vor? Nachfolgen den Verkehr beobachten, Fahrtrichtung anzeigen, einordnen. Das hört sich sehr gut an. Fahrtrichtung anzeigen, einordnen, nachfolgen den Verkehr beobachten. Das ist schon mal schlecht. Einordnen, Fahrtrichtung anzeigen, nachfolgen den Verkehr beobachten. Also klar, die erste Antwort ist richtig. Ganz wichtig ist, dass du erst schaust, dann es anzeigst und dann die Aktion durchführst. Also erst die Spiegel benutzt, dann blinken und dann einordnen und nichts anderes. Natürlich, wir sind Linksabbieger. Nein. Na klar, du hast ein Stoppschild und eine Haltelinie, also musst du dort stehen bleiben. Na ja, wir biegen ab. Dementsprechend dürfen die Radfahrer als erstes fahren. Hupen und vor beiden Radfahrern abbiegen. Beide Radfahrer durchfahren lassen. Nur den Radfahrer in gleicher Richtung durchfahren lassen. Also aus welcher Richtung die kommen, ist in dem Fall egal. Du kreuzt dich mit denen, dementsprechend müssen wir warten. Sie möchten nach links abbiegen. Wem müssen sie Vorrang gewähren? Entgegen kommenden Radfahrern. Also das ist praktisch genau das Gleiche, nur nach links. Entgegen kommenden Kraftfahrzeugen. Fußgängern, welche die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege. Ja, ganz kurz nochmal zur Erklärung. Ich nehme dazu dieses Bild. Wir wollen links abbiegen, also Fahrzeuge, die entgegenkommen. Radfahrer und Fußgänger, die sich mit uns kreuzen. Genau, Radfahrer und Fußgänger, die sich mit uns kreuzen. Also im Prinzip alles, was sich mit uns kreuzt. Jetzt muss ich nochmal alles anklicken. Hier, hier und hier. Sie wollen links abbiegen. Welche Schwierigkeiten können dabei auftreten? Linksabbieger können sich gefährlich nahe kommen. Ja. Missverständnisse mit entgegenkommenden Linksabbiegern. Ja. Sichteinschränkungen durch entgegenkommende. Das ist alles richtig. Wie gesagt, es wird ja voreinander links abgebogen. Ich hoffe, dazu gibt es auch später nochmal ein Bild. Und da können Sie sich gefährlich nahe kommen. Und es kann Missverständnisse geben, wie wir schon bei diesem einen Video vorhin gesehen haben. Sie möchten aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Wie müssen Sie sich verhalten? Du musst bedenken, wenn du aus einem verkehrsberuhigten Bereich kommst, dann hast du keine Vorfahrt. Ich muss vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen. Das auf jeden Fall, ja. Ich muss Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen. Ja. Ich muss die Regel rechts vor links beachten. Nein, wie gesagt, die gilt da nicht. Das ist ungefähr so, als ob du aus einer Grundstücksausfahrt rauskommst. Da gilt ja auch rechts vor links nicht. Und du musst die Leute vor deinem Auto passieren lassen. Sie wollen aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Von links kommen Radfahrer. Wer muss warten? Die Radfahrer müssen warten. Ich muss warten. Alle müssen anhalten und sich dann verständigen. Also wir kommen aus einem verkehrsberuhigten Bereich, deswegen müssen wir warten. Sie wollen aus einem Grundstück nach rechts in eine Straße einbiegen. Von links kommen Radfahrer. Wer muss warten? Das ist im Prinzip ganz genau das Gleiche wie die Frage hier zuvor. Das können wir schnell machen. Ich muss warten. Ich muss warten. Fertig. Also kommst du aus einem verkehrsberuhigten Bereich einer Fußgängerzone über einen abgesenkten Bordstein oder aus einem Feldweg hinaus heraus. Dann musst du dich genau so verhalten wie hier in dieser Frage. Das gilt die Vorfahrtsregel rechts vor links nicht. Und wenn vor dir Leute über die Straße rennen, dann musst du sie drüber gehen lassen. Gut. Und ja, wenn dir das Video was geholfen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und lass ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis dann.